O Gott, von dem wir alles haben, wir preisen dich für deine Gaben. Du speisest uns, weil du uns liebst. O segne auch, was du uns gibst. Papa! Pia, bitte sprich nicht von ihm. Du weißt, er ist tot. Ich denke, wir sollten umkehren, es wird dunkel. Kommt ihr nicht noch kurz mit zum Grab? Könntest du vergessen. Susanne! Meine Töchter sind verschwunden und ihr habt nichts Besseres zu tun, als euch jetzt darüber Gedanken zu machen. Kommt, steh mir bei. Es ist ein trauriger Anlass, der uns hier zusammenführt. Pia? Bist du es? Im Namen des Vaters? Ich bin fest davon überzeugt, Pia wird wieder auftauchen. Und des Sohnes. Und des Heiligen Geistes. Oh, Gott. Infer! Das war's für heute.